an euch alle danke dass ihr hier seid dieser talk handelt über eine neue entwicklung in der großen firewall von china eine zusammenarbeit zwischen einigen leuten vor allem roya und david die beide fantastische forscherinnen sind die den guten kampf kämpfen und techniken zur überwindung der fireball machen sie können leider nicht hier sein sie haben es nicht nach hamburg geschafft ich bin der backup derjenige der die arbeit präsentiert und ich hoffe ich werde ihnen gerecht werden nun während wir über die große fireball reden wir reden über die große fireball von china und in der wissenschaft wurde eine menge zeit schon verwendet die systeme in den letzten paar jahren zu erforschen also es gibt hier eine bibliographie die ich pflege und es gibt inzwischen ein recht gutes verständnis von vielen aspekten des systems wir wissen zum beispiel was blockiert wird wir haben listen von schlüsselwörtern von domains die alle blockiert werden wenn ihr versucht sie in china zu verwenden wir haben auch ein verständnis darüber wie dieses ding arbeitet zum beispiel es werden in tcp reset segmente eingestreut um verbindung zu schließen das gleiche gilt für dns es ist ein bisschen eine größere herausforderung aber wir wissen wo die systeme im netzwerk sind es hat da ein bisschen hin und hergegeben in den letzten jahren wir waren teilweise nicht sicher ob es über die ganzen provinzen dezentralisiert ist oder ob es sich über zentral system im rückgrat des netzwerks handels wir haben ein besseres verständnis bekommen und sind ganz gut darin aber das große problem ist dass es immer noch schwierig ist für uns mit fortlaufenden messungen fortlaufende messungen zu machen dies sind also alles einmalige messungen wir bekommen die daten und beziehen sie aber es könnte sich morgen wieder ändern und vielleicht merkt niemand das meine co-autoren zum beispiel arbeiten daran das zu ändern indem sie systeme vorschlagen die fortlaufend messen können wie die zensur sich in der zeit verändert bevor ich also mit dem zentralen teil starte möchte ich euch einen kurzen überblick geben über die üblichsten methoden der zensur in china viele domains sind blockiert ja dies ist also das ganz normale dns locking oder dns poisoning da ist nichts besonderes dran wenn jetzt jemand einen webserver außerhalb von china zugreifen will innerhalb von china sitzt dann ist dein traffic wesentlichen also unterliegt einer deep packet inspection also wir haben hier ein diese icon hier repräsentiert ein deep packet inspection gerät und in deinem datenstrom werden dann die muster erkannt die vielleicht dass vielleicht ein muster entspricht und dann gibt es eine falsche antwort ich habe diese ip-adresse nicht erfunden also was hier passiert wenn man in china facebook zugreifen will dann bekommt man eine chinesische ip-adresse zurück die keinen sinn ergibt es gibt also einen satz von etwa zehn ip-adressen die gerne zurückgegeben werden um hier umzuleiten wir wissen nicht genau warum es zehn sind aber das ist die art von dns poisoning die sie machen und interessanterweise ist es so dass es gibt ein client wenn man lange genug wartet mehrere millisekunden dann bekommt man mit diesem client tatsächlich auch die originale ip-adresse das ist das seltsame ist denn wenn ihr jetzt in china sitzt und eine blockierte domain aufsuchen wollt bekommt ihr tatsächlich zwei antworten das ist also in wirklichkeit eine race condition die firewall versucht die zensierte antwort schneller zu geben als die echte antwort für den webserver und dies funktioniert ziemlich gut für die firewall nicht immer manchmal kommt die ursprüngliche die echte antwort schneller an und dann funktioniert die sperre nicht aber grundsätzlich bekommt man zwei antworten und die frühere normalerweise gewinnt dies ist also nichts wahnsinnig besonderes es gibt außerdem schlüsselwörter blockiert die blockiert werden wenn also die wörter im dns request blockiert werden wieder gibt es ein packet inspection gerät das deinen get request sich anschaut also nicht nur eine url die geschichte ist aber genau die gleiche wieder eine race condition sie versuchen einfach dieses reset segment dem browser zu senden bevor die eigentliche webseite zurückkommt man könnte nun sagen dass man das überwinden kann aber dns ist immer noch grundlegend das problem und die wirkungsvollste aktion den https was man verwenden könnte um diese keyword blockade zu überwinden ist immer noch abhängig von einer früheren dns look up man nimmt also jetzt als lösung den gesamten netzwerk traffic und schlägt das ein oder verhüllt das hüllt das ein in irgendein protokoll es gibt neben der eigentlichen schutz gibt es noch jede menge weitere features die man damit bekommt es gibt verschiedene tools die versuchen also den traffic einzuhüllen um es den dns den packet inspection boxen schwerer zu machen dort hineinzuschauen das ist wirklich ein problem für die firewall verkehr datenverkehr der verschlüsselt ist durch so ein protokoll ist schwer das ist nicht völlig unmöglich dies zu lernen man kann einige indizien anschauen das offensichtlich sind port nummern wenn es sich um port 443 handelt dann ist es wahrscheinlich https wenn das 993 ist es vielleicht verschlüsselt das imap man kann auch an den typ der verschlüsselung auf den typ der verschlüsselung schauen viele protokolle benutzen tls aber es gibt andere wie zum beispiel ssh die haben ihre eigene kryptographie dass die sich nicht auf tls stützt wenn man aber nur die protokolle anschaut die tls benutzen dann kann man immer noch die spezifischen die herstellung der verschlüsselung anschauen viele protokolle benutzen dns oder konfigurieren oder setzen es auf auf verschiedene weise wenn man also sehr genau sehr vorsichtig hineinschaut und diese unterschiede sich anschaut dann kann man dies für blockade entscheidungen verwenden und man kann auch noch versuchen traffic flow zu analysieren es gibt timing es gibt die richtung in der die pakete laufen all diese dinge können benutzt werden all das was man dadurch bekommt ist eigentlich nur ein informiertes raten also wenn man wissen will was man blockiert gibt es eine gewisse unsicherheit die bleibt und dies ist schlecht für zensur weil dadurch natürlich auch nebenbei noch weitere schäden entstehen kollateralschaden wer erinnert sich an dieses problem hier vor ein paar jahren als die firewall den traffic zu github beeinflussen wollte und über einige tage hinweg wurde die zensur schrittweise angehoben und sie schienen also zu schauen wie weit sie gehen können wie weit sie den zugriff auf github blockieren könnten bevor man dagegen auf es gab einen punkt zu dem github dann völlig unerreichbar war es gab also ein und das lag daran dass es ein umgehungstool gab das auf github gehostet war es gab einen aufschrei es wurde nicht einfach toleriert und zu irgendeiner zeit wurde dies tatsächlich zurückgenommen und haben github wieder entblockiert und das ist ein gutes beispiel wie kollateralschäden wirklich den sensoren wehtun und es ist wichtig für uns das zu wissen wir können unsere umgehungsprotokolle auf eine weise entwerfen dass dieser kollateralschaden maximiert wird das system die der großen firewall ist so entworfen das ist eine kluge weise entworfen sie haben einen weg gefunden diese unsicherheiten zu eliminieren und sicherheit zu gewinnen wenn alles was man hat eigentlich ein verstößtes protokoll ist und worauf sie gekommen sind ist active probing so nennen wir es in unserer forschung also aktives testen es ist recht einfach zu verstehen wenn man sich vorstellt dass eine tls verbindungen eine undurchsichtige verbindung aufgenommen wird zwischen einem client in china und einem server in deutschland die große firewall im ersten schritt schaut sich das tls sehr genau an was ist das schauen wir uns den handshake an gibt es da informationen die man nutzen kann um etwas zu lernen und im fall von tor schaut es nach etwas was sich die cipherlist der tls client nennt im wesentlichen eine liste die der client an den server setzt um ihm zu sagen was für server er supportet und es stellt sich heraus dass dies mehr oder weniger einmalig ist für tor tor versucht hier nun sich einzustellen zwischen firefox und apache und das geht gut bis etwas anderes passiert also es ist ein ärgerliches spiel was man hier spielen muss und das ist etwas was die große firewall ausnutzt sie denkt vielleicht schauen wir mal das könnte eine zur verbindung sein wir sind nicht völlig sicher es könnten unbekannte protokolle noch existieren die sie genauso aussehen aber wir haben keine ahnung wir müssen sicherheit haben oder wenn wir jetzt irgendwas blockieren und es ist ein wahnsinnig wichtiges finanzielles ding eine anwendung dann haben wir nichts wirklich gewonnen ja also was wir tun im nächsten schritt ist sie starten einen kurzlebigen computer einen kurzlebigen test computer der denselben server in deutschland anpingt oder sich verbindet mit ihm und versucht das torprotokoll mit ihm zu sprechen es ist ein gratis spiel keine ahnung ob es funktioniert sie versuchen es im schlimmsten fall hat der server keine idee was das für ein müll ist und beendet die verbindung aber vielleicht antwortet der server mit einem tor handshake und wenn das passiert dann hat die firewall das was sie braucht sie hat eine art köder traffic gesendet und weiß dadurch genau dass es sich um einen torserver handelt und wenn dies passiert kann man diesen server blockieren und den zugriff verhindern dies ist also sehr schön von einer ingenieursmäßigen perspektive aus man muss sich jetzt nicht sehr viel um ip-adressen kümmern und dhcp kram und so ist es völlig dynamisch was man nur tun muss ist den traffic anschauen während er die landesgrenze überwindet inspizieren und test starten ein zweischrittiges system im ersten schritt und um den zu verstehen gibt es dann aktives testen und ich rede von tor hier weil einfach weil das das interessanteste beispiel ist es gibt eine menge andere protokolle die auch die aktiv getestet werden also das system scheint modular zu sein sie können recht einfach module für weitere protokolle schreiben und was wir an diesem punkt getan haben wir hatten ein forschungsprojekt und starteten nun datensätze zu sammeln den ersten datensatz den nannten wir am ende den schatten datensatz dies ist also im wesentlichen was man tut wenn man so etwas hacken möchte man versucht also beobachtungspunkte in china zu finden bei zwei verschiedenen isps wir haben hier einen großen isp in china unicom und cernet kurz für das chinesische forschungs und bildungsnetzwerk und es zählt sich heraus dass die etwas verschieden filtern das interessant ist nicht jeder ist also gleich wenn es um paketfilter in china geht einige werden mehr gefiltert als andere und was wir getan haben wir hatten diese systeme in zwei verschiedenen netzwerken und dann haben wir also wiederholt tor verbindungen aufgenommen zu bridges die wir selbst kontrolliert haben bridges sind im wesentlichen tor relays die nicht veröffentlicht werden um die zensur zu umgehen und wir haben drei verschiedene arten von verbindungen aufgenommen normale verbindungen die nicht sehr nützlich sind für die umgehung von zensur und dann haben wir was wir ob fs 2 und 3 genannt haben das sind protokolle die entworfen worden sind um zensur zu umgehen das haben wir mehrmals immer und immer wieder getan etwa alle zehn minuten und wir haben also eine menge verbindungs anfragen und es stellte sich heraus dass es nicht so hilfreich war wie wir erwartet hatten denn wir hatten nicht eine menge probing oder testing was wir dann beobachten konnten wir erzeugten dann einen zweiten datensatz den wir den civil datensatz und dies ist im wesentlichen ein client in china der 600 verschiedene ports das sich an 600 verschiedene ports verbindet er hat im wesentlichen eine tabelle verwendet um die firewall auszutricksen oder ihr vorzugaukeln dass man 600 verschiedene brücken hat bridge server und es gab also eine menge probing was wir dann beobachten konnten und letztendlich hatten wir dann ein drittes datensatz den wir den log datensatz nannten dies ist ein wesentlicher ein server dessen log files mehrere jahre zurückreichen das ist sehr cool wir konnten uns die logs anschauen und konnten nun über die zeit feststellen wie sich das aktive testen das probing entwickelt hat über die zeit das erste interessante ding war wo all diese ip-adressen her kamen wir haben unsere drei datensätze angeschaut und insgesamt hatten wir etwas mehr als 16.000 verschiedene ip-adressen von denen das probing ausgeführt wurde also eindeutige also einmalige wenig wiederholung 95% würden nur einmal gesehen wir haben diverse looks apps ausgeführt und haben strings wie edsl gefunden das sieht also so aus als ob all diese adressen oder viele davon von isp pools stammen und die dns records die who is records hatten die gleiche information scheint sich also um einen großen pool von isps mehr oder weniger zu handeln die sind also nicht users diese active crops die sind automatisierte systeme das war also sehr seltsam für uns und dann gibt es eine gewisse schnittmenge zwischen datensätzen und es gibt eine ip-adresse die in all diesen datensätzen sehr oft auftaucht und viele daten viele verbindungen kamen von dieser ip-adresse 228 181 70 und die ist also offenbar eine eigene scanning maschine die ist jetzt gerade nicht online probiert es nicht aus sie hatte vor kurzem noch war noch online hatte einen offenen ssh port es scheint also ein eigenes abgestelltes system zu sein unterschiedlich von allem anderen was dies heißt für uns ist wir können jetzt nicht einfach eine blocklist erstellen von aktiven probes und sagen stellt das in eurer ip tables ein und keine probe mehr wird jemals wieder auftauchen die list ist zu groß und sie ist auch nicht vollständig also unsere annahme war vielleicht kapern sie all diese adressen vielleicht gehören in diese adressen gar nicht sie borgen sie nur aus für eine kurze weile für einen test und geben sie dann zurück es war seltsam wir konnten es leider nicht schaffen diese probes mit diesen probes zu kommunizieren außerhalb der testverbindungen die sie selbst initiierten also die wurden gefiltert wir konnten keinen trace route ausführen zu ihnen es gab dann time ops einige hops vor dem ziel wir konnten zu den probes kein kein gespräch aufnehmen also sie redet mit uns aber umgekehrt war es nicht möglich es war also nicht viel interaktion möglich und wir hatten also dann nur noch die chance muster in all den daten die wir sammeln zu finden und wir haben die systematisch versucht einfach von unten nach oben im tcp schichten modell wir haben also zunächst mal in der ip schicht nach mustern gesucht und wir haben hier nichts selbst interessantes gefunden es gibt eine relativ enge verbindung von ttl-werten was nicht unbedingt erstaunlich ist kann mit routing erklärt werden aber wir hatten auf den anderen layers interessantes zeug also zum beispiel die meisten dieser 16.000 rp-adressen nutzten alle 16.000 möglichen portnummern aus was man normalerweise in modernen betriebssystemen nicht findet sie nutzen die die anzahl der bekannten portnummern und nicht mehr aber hier wurde das alles benutzt und wir hatten auch interessante muster in timestamp werden aber wir haben hier nicht die zeit es findet sich in unserem forschungspapier dies schien also dies gab uns den eindruck dass es hier keinen normalen tcp stack in der mkern haben vielleicht irgendwie programmiert um die probing aktivitäten besser zu skalieren wir wissen es nicht genau die interessantesten muster die wir fanden waren in den sequenznummern die zu beginn der tcp verbindung genutzt wurden um euch kurz zu erinnern tcp hat eine 32 bit nummer als segmenten nummer und das hat die schöne eigenschaft dass man dadurch einen angriff hat oder einen schutz gegen angreifer die sich außerhalb des pfads befinden weil es schwer wird diese sequenznummern zu raten und was man nun tut ist die initialen sequenznummern zu randomisieren und das kann man in einem diagramm aufzeichnen und hier ist was man vielleicht erwartet wenn man eine menge von sequenznummern über die zeit plottet in der x-achse ist die zeit und in der y-achse ist der wert der initialen sequenznummer einer tcp kommunikation jeder punkt hier ist also ein startsegment einer tcp verbindung das wir hier gefunden haben dies ist also ein reales beispiel aus einem modernen linux kernel ich habe das alles extrahiert und hier geplottet und es scheint sich um ein zufallsmuster zu handeln wie man es erwarten würde und man würde nun das gleiche bild eigentlich erwarten wenn man an die active probes auf die active probes schaut wenn wir also all diese synsegmente die initialsegmente einer tcp verbindung sich anschaut sieht man nicht etwa zufall sondern dies und das ist wirklich seltsam oder ein etwas schräges muster man kann dies verbinden und dann wird es ein bisschen offensichtlicher dies ist also ein zig zag muster es geht nach oben bis es auf die null zurück geht und diese sequenznummern sind perfekt korreliert mit der zeit also die sequenznummern werden von den zeitstempeln abgeleitet dies offenbar ist was passiert und das ist sehr interessant das ist eine technik um eine maschine hier die sind die sequenznummern von hunderten von maschinen über verschiedenste ip adressen dies ist also ein zustandsgebundenes verhalten man findet auch interessante sachen im tls layer wenn das protokoll das tor protokoll besteht aus tcp und dann tls und dann das tor protokoll also auf dem tls layer über tcp direkt schauen uns das client hello an und tatsächlich sieht das wieder seltsam aus nicht was man normalerweise hätte es gibt keine zufällig generierte sni die tor klienten server senden die fehlt völlig die verschlüsselungsalgorithmen die gewählt werden sind auch nicht normal sondern was ganz eigenes um euch einen eindruck zu geben wir haben hier die cipher suits auf einem tor guard relay hier aufgezeichnet offensichtlich natürlich keine ip adressen alles was wir haben hier ist die frequenzverteilung und die häufigkeitsverteilung der verschiedenen verschlüsselungsalgorithmen und wir hatten mehr als 200.000 verschiedene verschlüsselungsergruppen in weniger als zwei stunden und die spezifischen die test folks benutzt haben ist sehr sehr ungewöhnlich nur 76 einträge also ich weiß nicht was hier los ist vielleicht kommen die alle von china das ist also nicht etwas was ein normaler tor client senden würde und wenn man dann auf den letzten layer geht das ist was probes tun wenn sie sich mit einem bridge verbinden nachdem die spi und tls hergestellt worden ist was machen sie da als nächstes sie senden einfach eine version an die bridge und nach der protokoll spezifizierung werden eine versionszeile und eine net info zelle ausgetauscht da kommt die probe an diesem punkt macht die verbindung dann sofort wieder zu es kümmert sich nicht darum einen echten tor circuit tor kreislauf aufzumachen weil zu diesem zeitpunkt schon alles bekannt ist was man wissen muss eigentlich ist es eine tor bridge nachdem also versionszellen ausgetauscht worden sind dies ist also offensichtlich keine referenz implementierung eines tor clients die wir haben das scheint handgemacht zu sein und wie vorher haben wir hier eine menge von zustands leakage also bekommen mit was der zustand ist es ist jetzt sehr interessant sich zu überlegen wie dieses system entworfen ist wir haben also einige abschnitte dazu in unserem forschungspapier aber leider haben wir keine antwort sie haben hypothesen einige sind wahrscheinlicher als andere denken wir wir wissen es nicht wirklich also wenn ihr irgendwelche ideen habt solltet ihr mit uns in kontakt treten weil wir wirklich so gern wissen würden wie das ganze funktioniert eine hypothese ist dass es sich um ein proxienetzwerk handelt ein geografisch verteiltes set von proxies handelt über dem ganzen land und dass die firewall ihren traffic irgendwie über diese proxies tunnelt und sie benutzt um die server zu scannen ich denke eigentlich dass das ein bisschen zu viel aufwand sei und es einfacher erreicht werden könnte aber unsere daten sind ein bisschen widersprüchlich wir können hier nichts ausschließen eine zweite hypothese ist dass wir vielleicht einen server haben der in einem rechenzentrum sitzt bei einem service provider verbunden mit einem switch port immer wenn sie eine ip adresse borgen wollen dann aktualisieren sie irgendwie die access die zugrufsliste auf dem switch und kapan sozusagen die ip adresse für eine weile und nutzen sie und geben sie dann wieder ab das ist aber nur eine theorie leider wissen wir immer noch nicht was wirklich los ist also ich habe sehr viel über die struktur des systems geredet bisher aber eine andere frage ist wie gut das system überhaupt funktioniert und das ist etwas wo unser schatten datenset sehr nützlich ist im wesentlichen haben wir diese verbindungen hergestellt immer und immer wieder und jeder punkt in diesem diagramm repräsentiert einen verbindungsversuch der ist entweder gescheitert oder hat funktioniert die oben haben geklappt und die unteren sind die gescheiterten sowohl für cernet als auch für unicom haben wir diese datensets und diese verbindungsversuche und die sehr sehr coole sache hier ist schaut euch die obere linie bei beiden an manchmal funktionieren die verbindungen einmalig und 24 stunden später funktioniert es noch einmal einmal und das wiederholt sich also es ist ein sich wiederholendes muster von verbindungen von einer torverbindung die man herstellen kann alle 24 stunden das ist sehr merkwürdig oder wieder auch hier wir wissen nicht woran es liegt es gibt verschiedene theorien vielleicht flaschen sie ihre blocklist alle 24 stunden und updaten sie dann und vielleicht dauert das einfach ein paar minuten und in dieser zeit können leute einfach machen was sie wollen das ist eine mögliche theorie und immerhin sieht es aus als ob das alles von akademikern einfach gemacht wird von daher vielleicht solltet ihr uns glauben und nicht den operators der firewall also das ist was die effizienz angeht und wie schnell sind diese probes in 2012 sah es aus als ob sie in gruppen verarbeitet wurden es sah ein bisschen aus als ob es einen job gab der auf dem system lief und alle paar minuten wurde dieser cron job aktiviert und hat diese probing tasks durchgeführt und es schien sehr gut zu funktionieren das hier ist eine visualisierung davon aus 2012 und anscheinend wurde das system verbessert vor nicht allzu langer zeit und sie haben es im wesentlichen in eine echte system umgewandelt das ist sehr interessant das haben wir aus unserem sibyl datenset und auf der x-achse seht ihr die ports unseres datensets von 0 bis 600 also für jeden port seht ihr wie lange die firewall gebraucht hat um eine probe zu uns zu schicken und die verspätung und die dauer ist auf der y-achse und ihr seht die meisten punkte sind sehr weit unten also sie es gibt sehr schnell eine probe also normalerweise sind es nur 500 millisekunden die meisten probes brauchen nur eine halbe sekunde von dem der ersten verbindungsversuch um diese wirklich mit einer probe anzugehen also das scheint sehr schnell zu gehen und sehr effizient zu sein aber es gibt einige outlier einige abweichungen die wir nicht ganz erklären können ihr seht diese anstiege die dann plötzlich linear absteigen wir sind nicht ganz sicher woher das kommt wir glauben dass viele von diesen wahrscheinlich implementations artefakte repräsentieren also aber im wesentlichen wir machen die qualitätskontrolle für den great firewall gerade deswegen können wir das auch nicht sagen also so viel zum design des systems also ich habe über tor geredet bisher einfach weil es das interessanteste beispiel ist also immerhin haben sie da sehr viel arbeit reingesteckt aber es gibt auch noch sehr viele andere protokolle die von diesen probes untersucht werden und von der firewall und das ist eine nicht vollständige liste es sieht ein bisschen aus als ob es in 2011 angefangen hat als jemand einen artikel geschrieben hat und darüber geschrieben hat wie er merkwürdige ssh pakete aus china mit anscheinend zufälligem inhalt enthalten hat damals war man nicht so sicher was es war oder wofür es benutzt wurde aber anscheinend waren das einfach probes und es war einfach probing probing bedeutet nicht dass es auch etwas geblockt wird es kann auch sein dass es probing gibt wo niemals etwas geblockt wird manchmal ist vielleicht einfach nur experimentiert dann gab es probing bei openvpn für eine weile bei soft ether das ist ein teil des vpngate protokolls über tor habe ich schon geredet auch für googles app spot da gab es ein kleines und sehr sehr gutes umgehungs tool namens go agent und ich glaube vielleicht haben sie diese probing aktivität aktiviert um das zu entdecken also vielleicht ist da mehr ich bin mir ziemlich sicher dass da mehr ist also vielleicht wenn ihr irgendwelche ideen habt dann kontaktiert uns gerne und wir haben uns auch etwas obfs uns sehr genau angeguckt was wie die great fiber mit obfs 2 und obfs 3 umgeht und es dauert nicht sehr lange um herauszufinden dass es da anomalien gibt und es sieht wieder so aus als ob sie einfach keine referenzimplementierung nutzen was mich eigentlich überrascht denn all diese software die wir versuchen hier zu proben von tor über obfs 2 und 3 openvpn das ist alles freie software oder man kann das einfach herunterladen und in sein probing system einbauen und laufen lassen aber trotzdem aus irgendeinem grund scheinen all diese dinge handgemacht zu sein vielleicht für mehr effizient oder niemand wollte vielleicht herauskriegen wie man die original software gut nutzt aber das seltsame das ironische ist dass dieses hands machen es möglich macht die active probes zu fingerprinten nachdem diese fingerprints angefertigt haben von unseren servern denn einige dieser protokolle also enthüllen zustände was wir gefunden haben ist zum beispiel dass das padding das im obfs 2 und 3 benutzt wird ein bisschen verschieden nicht genau nach spezifizierung nicht nur statt einem tcp segment oder zwei statt zwei tcp segmenten wird eines gesendet es gibt fälle von doppeltem payload was man eigentlich nicht finden sollte in den daten weil das payload eigentlich gleich verteilt sein sollte oft bekommt man also das gleiche payload von zwei verschiedenen ip adressen und selbst für eine einzige sollten also überschneidungen sehr sehr gering sein aber wir hatten also zwei verschiedene ip adressen mit gleichem payload also hier werden zustände wirklich quer durch die bank in den protokollen offengelegt in der kommunikation wir haben hier also sowas wie das log eines webservers uns angeschaut und haben uns angeschaut wie das probing über die zeit sich entwickelt hat und wir haben dann also am ende dieses diagramm hier erzeugt und konnten eine menge von probes in den daten identifizieren wir sind recht sicher dass wir hier keine falschen positive haben also dass das was wir sehen was wir hier als probes präsent wirklich nur probes sind es geht hier zurück bis 2013 und viele der protokolle beziehen sich einfach darauf wie oft wir etwas an einem bestimmten tag gesehen haben und das gibt eine gewisse idee wie die firewall sich über die zeit entwickelt wie gesagt es ist nicht ein völlig vollständiges diagramm aber wir können etwas lernen davon also bis zum ende von 2013 gab es offenbar eine menge von probing und dann für einige monate hat dies fast vollständig aufgehört es gibt einen kleinen fluss noch von probing aber wir wissen nicht was sich hier getan hat es gab also wirklich kaum probing dann sehen wir auch wie neue protokolle eingeführt werden und vielleicht auch gecastet werden hier es ist sehr cool zu sehen wie diese dinge über die zeit anfangen zu passieren aber wieder mit einem kornsalz nehmen ist nicht vollständig es gibt bestimmt noch mehr als das was wir hier einfangen konnten in diesem diagramm und auf unserer projektwebsite haben wir auch anweisungen ihr könnt auf euren webservern oder auf euren boxen hier code laufen lassen um probes zu finden also das ist so was einfaches vielleicht wie nach bestimmten post requests zu greppen in den logs zu greppen oder tcp dump für diese seltsame ip adresse ausführen sie scheint im moment nicht aktiv zu sein in diesen tagen aber dies wäre also ein sehr einfacher weg um interessantes zeug zu bekommen und ihr könnt nicht nur nach umgehungsprotokollen suchen sondern vielleicht gibt es also noch weitere informationen die ihr herausfinden könnt und das interessante hier ist über das aktive probing dass es aktiv ist also viele zensursysteme tendieren dazu völlig passiv oder meist passiv zu sein sie sitzen da warten auf verdächtigen traffic und dann beenden sie die verbindung oder vielleicht lassen sie protokolle blockieren also sie machen irgendwas um die verbindung zu verhindern mehr oder weniger passiv man kann nicht wirklich interagieren mit ihnen und dies ist komplett anders bei diesem active probing wie der name schon sagt dies ist ein aktives system das mit dir sich mit dir verbindet es mit dir redet das muss es tun denn sonst kann es nicht blockieren das interessante hier ist die natur diese aktive natur macht es möglich auf unerwartete weise damit zu interagieren wir haben keine komplette liste aber es gibt ein paar dinge die man machen kann um das leben des active probing ein bisschen schwerer zu machen also eine sache ist wie groß ist die blockliste die sie haben ja wir hatten diese zivil datensatz und hatten etwa 600 ports wir hatten 600 verbindungen von 600 ports zu einem bestimmten torport 600 neue einträge in eine blocklist das ist natürlich noch nicht so viel jeder computer hat mehr als 60.000 ports und man kann die alle benutzen also jede einzelne ip-adresse kann 60.000 neue einträge in die blocklist hinzufügen und das ist was man mit einer adresse tun kann und dann kann man natürlich einfach horizontal skalieren ein einfaches ein 24 netzwerk kann mehr als 60 millionen adressen hinzufügen also es ist wohl relativ einfach das limit relativ schnell zu erreichen und man kann etwas ähnliches für falldeskriptoren tun falldeskriptoren sind durch das betriebssystem vorgeschrieben wir wissen nicht was die grenzen sind für jedes system aber einfach indem man viele verbindungen aufbaut und sie offen hält kann man vielleicht dieses limit sich diesem limit annähern also einfach eine menge probes auf sich ziehen und diese dann nicht weggehen lassen schickt einfach keine daten nehmt die verbindung auf aber sendet keine daten lasst die verbindung offen irgendwann gibt es dann wohl time outs muss also hier auch wieder horizontal skalieren aber es ist aber nicht klar was passiert wenn das system jetzt keine falldeskriptoren mehr hat wird es einfach aufhören weitere systeme zu testen oder es ist nicht ganz nicht klar was passiert das ist also ein weg um einfach zu verhindern dass das neue umgebungs server auch blockiert werden und mein persönlicher liebling ist wahrscheinlich dieser hier ich muss hier ehre geben den den autoren des vpngate papiers das ist wirklich großartig vpngate ist ein umgehungssystem das auf vpn servern aufbaut die idee ist dass man eine menge vpng server hat ich denke sie haben mehrere 100 über den ganzen globus verteilt und gibt diese liste dann den nutzern die zensuren gehen und sie suchen sich einen vpng server aus der für sie funktioniert wenn du nun die great firewall die große firewall verwaltest dann würdest du einfach einen cron job aufsetzen der diese liste jeden tag sich zieht und sie einfach der blockliste hinzufügt sehr einfach aber das ding ist dies gibt den menschen die vpngate ausführen kontrolle über die firewall oder denjenigen die diese blockliste diese ip adress nicht die blockliste die ip adress liste verteilen man kann also dann die ip liste der großen firewall kontrollieren was verrückt ist irgendwie oder es geht hier nicht nur um die ip adressen von vpng server es geht einfach um ip adressen was passiert also wenn ich jetzt windows update als ip adresse hier einführe dann kann auf einmal ganz china keine windows updates mehr machen denn die ip adressen sind geblockt das gleiche gilt für dns root server man kann also ein dns für ein ganzes land auf einmal brechen oder die google infrastruktur und dies wurde nun in großer tiefe diskutiert in den vpngate papieren es gibt mehrere abschnitte darüber in denen dieses katz und maus spielen sehr genau beschrieben wird es ist wirklich sehr schön das zu lesen es geht hier über mehrere tage sie sagen tag eins taten wir dies die große firewall regelt es so am nächsten tag taten wir das und letztendlich dauert es so zwei bis drei tage bis die operat die die verwalter der firewall bemerkten dass also auf diesem wege beliebige ip adressen in die blocklisten eingeführt wurden und von da an starteten sie die ip adressen zu verifizieren es ist nicht ganz klar wie wahrscheinlich überprüfen wem die adressen gehören versuche sich mit ihnen zu verbinden auf jeden fall schluckten sie nicht einfach mehr ohne weiteres was man der firewall gab dies ist also mein favorit wie man mit der firewall ein bisschen spielen und sie ein bisschen durcheinander bringen kann also wir haben darüber geredet wie das system arbeitet aber noch nicht sehr viel wie man es umgehen kann es zeigt sich dass nicht alles verloren ist und wir haben immer noch wege wege die wir nutzen können um die konnektivität in china zu beeinflussen eines was man tun kann ist sich anzuschauen wie die große firewall mit tcp segmenten umgeht wenn wir über die packet inspection reden dann reden wir viel über pattern matching muster in tcp segmenten aber es ist da noch sehr viel mehr drin man muss den tcp stream wieder zusammensetzen was nicht trivial ist wenn man zu tun hat mit netzwerkpaketen die handgefertigt sind um dies sehr sehr schwer zu machen das kann man machen also absichtlich es schwer zu machen die tcp segmente wieder zusammenzufügen und wir haben dies also vor einer weile schon ausgenutzt zu einer zeit als die great firewall die große firewall keines streams zusammengesetzt hat vielleicht aus performance gründen es ist einfach paket für paket zu scannen ohne zusammenzusetzen wir erschrieben ein tool das die tcp fenstergröße die windowsize auf einem server manipuliert was man verwenden kann um den client zu instruieren dass eine signatur in zwei stücke geteilt werden soll und dies war genug um die packet inspection zu umgehen den client einfach instruieren dass die signatur in zwei stücke geteilt werden soll und die firewall kann sie dann nicht mehr identifizieren und dies arbeitet bis arbeit funktionierte bis vor einem jahr war niemals die absicht das auf dauer beizubehalten aber es war eine schöne idee und es gab also ein forschungspapier in dem man all diese kleinen schönen hacks angeschaut wurden die man machen kann wie man ein tcp segment so deformieren kann dass es wirklich hart wird für die firewall sie wieder zusammenzusetzen es gibt dann eine menge wagen und es ist sehr sehr schön einige dieser dinge sind sehr sehr schwer für die firewall zu reparieren aber leider ist es auch sehr sehr schwer dies auszunutzen es geht letztendlich darum dass ich einigen leuten sage okay warum lässt du nicht dieses kernel modul für eine weile laufen für ein wochenende dass dein tcp stack auf merkwürdige weise manipuliert und die firewall kann deinen traffic nicht mehr scannen aber diese dinge sind einfach ein albtraum dies auszurollen und wir haben das nicht sehr viel benutzen können also man kann schöne dinge machen wir sprechen hier mit der netfilter api aber es ist einfach nicht sehr schön das zu auszurollen zu verteilen was also sich als sehr viel erfolgreich erwiesen hat sind die pluggable transports im tourprotokoll als idee das hat das tourprojekt vor einigen jahren eingeführt als wir merkten dass man diesen wettlauf sehr viel leichter machen kann wenn man die umgehung und die anonymisierung trennt wir verlegen einfach die anonymisierung in ein separates programm wir haben einen zusätzlichen proxy der direkt vor den tour instanzen sitzt und der den traffic auf eine verrückte weise durcheinander bringt sodass also der tour client im grunde mit einem zusätzlichen sox interface redet da wir von sox reden es ist sehr einfach dies für viele verschiedene anwendungen zu nutzen und das entscheidende ist dass dies in keiner weise spezifisch ist für tour viele projekte benutzten dies es ist im wesentlichen eine offene spezifikation und dies war sehr nützlich für einen haufen von vpn-providern die einfach in die einfach vpn-providern die leuten in intensierten ländern zugang geben wollen man tut einen server den man obfs proxy nennt üblicherweise nach vorne und dann geht das es ist ein sehr flexibles system man kann payloads modifizieren genauso wie man flussinformationen datenflussinformationen verändern kann paketlängen und solche dinge es gibt hier auch wieder apis oder apis für verschiedene dinge c war am anfang c war die erste sprache dann merkte man dass es ziemlich schwer ist in c das zu schreiben dann gibt es eine implementierung in python inzwischen und eine in go rechts könnt ihr sehen könnt ihr eine visualisierung sehen von dem payload von vanillator verglichen mit obfs 2 und 3 und der punkt in diesem diagramm ist wenn man sich oben links das anschaut vanillator sieht nicht sehr zufällig aus was man hier sieht ist der tls handshake der nutzt einfach nicht die gesamte breite des beitraums aus in dem handshake und dies ist was die umgehungsprotokolle versuchen zu fixen zu dieser zeit haben wir mindestens vier protokolle die in china funktionieren scrambe suit und obs fonds sind speziell entworfen worden um dem active probing zu widerstehen sie haben ein geteiltes secret es gibt ein shared secret das man außerhalb des kanals teilt und wenn ein client nicht beweisen kann dass er dieses shared secret kennt dann redet man einfach nicht mit ihm es gibt außerdem meek was sehr aufregend ist dies verwendet dies nutzt das kollateralschaden problem aus was es tut ist es tunnet allen traffic über ein content delivery netzwerk also was man auch als domain fronting kennt dies ist sehr cool denn die idee ist wenn man ein sensor ist ist man auf einmal gezwungen entscheidungen zu machen muss man dieses gesamte content delivery netzwerk jetzt blocken und alles was darin angeboten wird oder wird man alle user durch und ermöglicht dadurch die umgehung und die antwort üblicherweise ist nein das mache ich nicht das wäre verrückt es gibt so viele websites die auf content delivery networks gehostet sind heutzutage dass es einfach zu viel arbeit für einen sensor wäre das ist also die von meek und fdi steht für format transforming encryption das ist also ein schöner hack um beliebige byte streams mit einem haufen von regular expressions zu bearbeiten die man angibt das ist also das interessante ist es handelt sich hier nicht um science fiction das sind getestete und in einsatz befindliche systeme wenn man also in einem browser heute ist und man bekommt man kann einen browser benutzen und im wesentlichen ein fenster aufgehen lassen dass einem die auswahl gibt über ein umgehungsprotokoll also zum beispiel dinge wie web rtc was eine menge ärgerliche probleme fixen könnte das sieht wirklich vielversprechend aus das bringt mich zum ende meines talks wir haben eine projektwebsite mit unserem forschungspapier und der das ist alles frei und offen und die daten und der code und hier sind unsere e mail adressen vielen dank okay perfect thanks so far philip we have about 13 minutes left for questions so it can fragen so we can get you on tape and everybody on the stream can also hear your question so jetzt ist zeit für fragen okay also da vorne mikro eins vielen dank danke für den talk ich habe eine frage gibt es irgendwelche ähnliche projekte für das nordkoreanische internet zensieren sie auf eine ähnliche art oder zensieren sie überhaupt die frage also ich kenne keine systeme in anderen ländern es würde mich nicht überraschen wenn dies zu irgendeinem punkt passiert diese sachen kann man einfach in die packet inspection boxes tun und verkaufen in andere länder ich weiß nichts ich bin nichts ich habe nichts gesehen aber ich würde nicht überrascht sein eine sache bevor wir mit dem q&a weitermachen wenn ihr wirklich gehen müsst jetzt bevor das q&a zu Ende ist dann macht das bitte leise und ruhig und einfach auch um den speaker hier zu respektieren und das q&a in ruhe zu Ende machen können also micro 2 du hast dich gewundert wegen der probes und wo sie her kommen viele computer in china laufen immer noch auf windows xp und ihre virus scanner sind von staatlichen firmen also naja vielleicht das etwas mit dem botnet zu tun ja interessante frage wir haben darüber nachgedacht wir können dies nicht ausschließen unsere idee war es wäre schwer dies geheim zu halten oder aber andererseits hat niemand das gemerkt vielleicht also mikro drei bitte habt ihr irgendwelche analysen gemacht was ipv6 angeht das befügt ja noch mehr komplexität und neue herausforderungen dazu leider haben wir das nicht getan wir haben dieses gericht viel gehört dass ipv6 gegen censur gefeit ist ich weiß nicht ob das stimmt das hört sich cool an aber leider habe ich keine wirklichen informationen also gibt es noch irgendwelche fragen von dem signal angel aus dem internet okay frage von alex ccp2 gibt es irgendwelche ingenieure aus dem von innen die irgendwelche irgendwelche dinge geleakt haben über die große firewall nicht dass ich wüsste aber dieses eine der gründe warum unsere e mail adressen hier auf dem folge sind nehme ich an also dann noch eine frage von dem signal angel aus dem rc welche gründe gibt es anzunehmen dass china nur probes von und innerhalb von china benutzt ja ich denke es hängt von der infrastruktur ab vielleicht ist es einfach einfacher technisch es gibt vielleicht einen technischen grund und sicherlich auch einen politischen man kann dies im eigenen land tun und wenn man stattdessen mit diesen mit den netzwerktechniken in anderen ländern herumspielt das hat große auswirkungen und ich denke leute sind klug genug das nicht zu ignorieren ich denke das sind die technische und politische gründe dies nicht zu tun es gibt tatsächlich forschung die sich anschaut was es für kollateral traffic auf dns servern in china gibt dns poisoning also traffic der durch china durchläuft ist auch tatsächlich dem dns poisoning ausgesetzt obwohl sender und empfänger außerhalb von china sind das scheint nun versehentlich zu sein ok noch eine frage aus dem raum mikro 4 bitte ja es hatte mich gefragt ob ob sie jemals die quelle blocken anstatt nur das ziel zu blocken nicht per ip adresse glaube ich das interessante ist sie blockieren glaube ich das synag segment der tcp verbindungen was mehr oder weniger ähnlich ist zu dem blockieren der quelle und das fand ich erstaunlich ich denke wenn man eine wenn man eine tcp verbindung blockieren möchte dann lässt man einfach das synsegment das allererste im handshake fallen aber das ist nicht der fall wenn man versucht sich mit einem blockierten server zu verbinden dann wird das synag des servers blockiert die antwort auf das syn wir wissen nicht genau warum es gibt verschiedene theorien die mit access control listen auf switches zu tun haben vielleicht sollen hier leute getäuscht werden und denken dass traceroute funktioniert vielleicht ähnlich also noch eine frage vom signalengel also jnix fragt hat irgendjemand versucht die probes gegen die chinesen zu benutzen also ein honeyball hervorzubereiten sie zu analysieren auszunutzen sie zu fingerprinten mir ist nichts bekannt aber ich denke es gibt mehrere wegen wie das system fehlschlagen kann scheitern kann wenn man zum beispiel beginnt all diese probe triggering diese signaturen die eine probe auslösen zu allen möglichen protokollen hinzufügt dann muss das system all diese ziele auf einmal scannen ich bin mir nicht bewusst dass es dinge versuche gibt probes auszunutzen aber man könnte schon versuchen sie zu täuschen dass sie dinge tun dass sie sie nicht tun sollte also ich habe mir gerade meine logs angeschaut und ich habe einige requests gefunden vor ex. von dem vpns office brauchst du noch mehr informationen für euer datenset ja das wäre super ja schick uns deine e-mail also ich glaube wir haben noch zahlreiche fragen aus dem netz also zurück zu dem taxel fragt habt ihr irgendeine idee was die algorithmen angeht die benutzt werden hinter den initial sequence numbers die die jfp probes benutzen nein haben wir nicht was klar zu sein scheint ist dass sie aus zeitstempeln aus der zeit abgeleitet werden aber der genaue algorithmus wie sie es tun das ist mir nicht bewusst also dann mikro eins wieder habt ihr eine idee welche technik sie benutzen ich habe einige sachen gehört über firmen aus dem westliche firmen die da mitspielen ich denke es gibt eigentlich genug know how dort so dass sie sich nicht auf andere länder verlassen müssen aber die technik frage ist interessant es könnte also ein tcp stack im user space sein zum beispiel wir wissen nicht ob da jemand experte ist könnten sie vielleicht schauen sich die pakete anschauen wir haben die captchas online die gesammelten pakete um vielleicht herauszufinden welcher tcp stack verwendet wird ok mikro drei bitte hallo also einige schnelle gedanken nachdem ich den talk gehört habe die sequence nummern und die ip stack nummern also ich habe mich gefragt ob sie ihr darüber nachgedacht habt über eine einzige maschine und mehrere maschinen die über mehrere adressen arbeiten ich habe im wesentlichen ein netzwerk benutzt und ich konnte diesen paketen mit verschiedenen identitäten antworten also vielleicht kann man das auf einer höheren ebene du kannst die identität steuern und dann kannst du von verschiedenen ip adressen antworten also habt ihr darüber schon mal nachgedacht oder habt ihr es schon mal versucht ich weiß nicht ob ich völlig verstehe was du sagst es hört sich etwas wie hört sich an wie etwas was man sich anschauen sollte wir haben noch mehr muster in den tcp ts wert der also nahe legt dass es sich über eine kleine anzahl physischer systeme handelt vielleicht zehn ich habe in der vergangenheit schon ein bisschen damit herumgespielt ich hatte einen server und mit einem python script konnte ich den traffic überwachen und ich konnte einigen zu auf einige von diesen requests beantworten mit verschiedenen identitäten von über 100 ip adressen also ich konnte entscheiden ob ich antworte oder nicht also vielleicht tun sie etwas nur auf einem auf einer größeren menge also nur eine idee ja danke für den hinweis also weil wir jetzt noch einige fragen haben noch eine frage von micro 3 könnt ihr eine schätzung abgeben bezüglich des mechanismus was ist effizienter des dns poisoning oder des packet inspection also die packet inspection hat eigentlich das nur das ziel das in paketen dass man so in paketen was findet und dann dns poisoning vielleicht macht also ich meine wenn man die vergleicht also wenn sie einfach die ip blocken und dich daran hindern den server zu benutzen oder ob sie einfach sagen du kannst facebook.com einfach nicht benutzen es sieht so aus dass die länder mehr und mehr von ip adressen abgehen es ist so schwer mit denen umzugehen man möchte unabhängig sein von endpunkten und so ip adressen content delivery networks also es gibt zu viel verbreitung von ip adressen veränderung also man möchte dynamischer werden nicht nur auf die bytes schauen die wirklich fliegen anstatt auf die endpunkte denn für das dns poisoning das klingt ein bisschen als ob man das einfach mit dns sack lösen könnten wenn man die antworten einfach authentifiziert und dann einfach die benutzt die authentifiziert ist ja sicher es gibt wege das zu lösen man kann auch einfach warten auf die zweite antwort und dann die zweite einfach wählen ja ok danke ok die letzten für die letzten beiden minuten macht stellt bitte schnelle konzise fragen also es gibt viele papers über die große firewall und ihr habt über die fingerprints geredet die die große firewall benutzt und die die forschung die ihr macht führt das zu einer änderung in diesen fingerprints die in der firewall benutzt werden ja das ist eine gute frage sie ändern sich sowieso mit der zeit menschen verwenden verschiedene systeme fingerprints ändern sich dadurch aber wir reden hier nicht über tage oder wochen sondern fingerprints scheint es ändern sich innerhalb von monaten oder nur jahren ich denke es gibt einfach nicht so viele menschen die arbeiten an der großen firewall arbeiten und sich an neue techniken nicht ständig anpassen können also die antwort ist ja es gibt änderungen aber darüber in der öffentlichkeit zu reden ist nicht die haupt antriebskraft für änderungen passen sie sich denn an an die forschung die es gibt in vielen teilen der welt oder passen ändern sie es einfach aus anderen gründen es gibt sicher einige anpassungen die passiert das ding ist niemand kümmert sich darum ob du dein eigenes umgehungs zu dass das vielleicht von fünf benutzt wird worum es geht ist umgehungs tools auf großem maßstab egal wie gut oder schlecht ein tool ist sobald tausende menschen nutzen wird man dort hinschauen und das ist wirklich was jetzt nun auslöst dass man daran arbeitet also jetzt haben wir leider keine zeit mehr also entschuldigung für die leute die eigentlich noch fragen haben philipp bleibt noch etwas also und ihr habt seine kontaktdetails gesehen also vielen dank für etwas applaus ja und wir haben ja auch kontaktdetails hier als übersetzer ja 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 ja